Wer hätte das gedacht? Eine alte Schulturnhalle in Rathelsdorf bei Bamberg ist die deutsche Talentschmiede in Sachen Basketball. Hier trainiert Dirk Nowitzki. Er ist 20 Jahre alt, 2 Meter und 11 groß. Er spielte bisher für DJK Würzburg in der 2. Bundesliga, erzielte dort fast 30 Punkte im Schnitt und fiel so den internationalen Talentsuchern auf. Millionen Offerten von südeuropäischen Profi-Clubs waren die Folge, doch sein Traum war die NBA. Und als jetzt die Dallas Mavericks ihm ein Angebot machten, war das Traumziel schon erreicht. Ob das es so schnell gehen würde, das machte ihm dann doch ein wenig Kopfzerbrechen. Aber natürlich nahm er das Angebot an. In erster Linie glaube ich, dass es schon gut ist, sich früh an die NBA zu gewinnen. Und mit 20 ist das schon super. Außerdem ist das eh ein junges Team da drüben und wir wollen da ein Zukunftsteam aufbauen. Und ja, da ist es schon gut, da früh rüber zu gehen. Und wie haben deine Eltern reagiert? Der Mama wäre es lieber gewesen, du wärst ein bisschen näher da gewesen, oder? Der Vater hat gleich gemeint, er würde es sofort machen. Und die Mutter hat noch ein Mittel da, wenn du rumgedruckst. Aber ich habe gemeint, wenn ich es machen will, dann soll ich es auf jeden Fall machen. Und dafür trainiert er jetzt in Rattelsdorf mit Privattrainer und Mentor Holger Geschwindner, dem früheren Nationalspieler. Und dann soll ich es natürlich sagen, Kenn Ashley Team, über die Mutter ist, wo der Hamburg kommt. Und zwar silent, weil ich es Cort analysis-haltiger Steve的人 gegen die Norbert connecting St faß. Und zwar war noch gar nicht.